einen wunderschönen guten tag oder guten morgen auf meinen hübschen kanal jo ich mache heute meine runde fort noch mal für euch und ja gucken wir mal was heute so schön ist passiert ich werde heute auch noch mal ein bisschen bauen wie gesagt und ja ein paar andere kleinigkeiten machen so auf geht's wenn das immer annimmt jetzt hat das angenommen endlich mal lange kein fort mit mail zockt ein paar tage so muss das mal sein was neues gibt bei fort nicht ob sich da was überhaupt getan hat ich bin wieder für euch da heute und wir zocken runde fort nicht wie soll das like da unten aber da für mich da freue ich mich tierisch drauf wenn ihr es macht so gibt es irgendwas neues hier ja wohl gehen wir doch mal gleich gucken in den jundermann shoppen hier mal rein oh ne ne der tanz ist doof ok dann guck mal was das hier ist ja ok nein brauchen wir alles nicht ja wir spielen heute mal das also wie gesagt es ist eigentlich in so voral wenn er das mitmacht heißt das und da geht es eigentlich nur darum wie viel geld macht mal also nimmt man ein und dann kriegt man was dafür wenn man platz eins ist weiß ich nicht was man richtig bei bis jetzt mal platz 2 ja mal gucken was heute so schön läuft so es wird auch kein langes video in jedem sinne wir gleich ein zwei spiele schaffe ich ich hoffe ja dass man einmal vorbeikommt mit mir ein paar sachen einstellt da hat praktisch schon wieder es ist immer so ich kenne es nicht anders wenn ich das trainier das ist so packt anfang vor allem müssen zehn spieler sein und wir sind der zähne dann zieht die zeit besser runter ja 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 na nun komm mein kleiner ach wenn das nicht so lange lang würde welt schön so danke geht ich guck mal mit absicht heute mal nicht drauf wie viel jetzt mal machen na daneben wuppelt shit oh platz 1 wow wie kommt denn das platz 2 wieder na das bin ich schon gewohnt Leute das bin ich schon gewohnt dann hänge ich hier ach das ist doch wieder ins med komm schon lauf 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 doch ach dann nehme ich mit so aber wir können immer noch mit jeder das hat sich mir auch nicht sitzen wum oh ich gehe schon wieder was nachher so war ja ganz viele kleine sammeln irgendwie also das müssen wir jetzt irgendwie mal hinkriegen sind wir noch hier da also irgendwas stimmt hier mit der anzeige nicht rein theoretisch bin ich ganz ehrlich müssten wir schon viel viel weiter sein okay ich wusste ich jetzt auch nicht dass wir hier noch drinnen bauen kann die mai ups das hat nicht funktioniert das kann nur sein dass heute wirklich wo es wieder sind aber noch ist es wird ja nicht vorbei und ich niemals habe ich jetzt 97 thaler eingesammelt das muss deutlich mehr sein deutlich mehr deutlich mehr Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 wieder nix Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, noch eine Minute So, noch eine Minute Like, doch, ich hab mich ja eigentlich damit als Ah, Platz 3 Gut Bis gleich So Vielen Dank.